21.15 Uhr. Wir machen wieder weiter. Wir machen wieder weiter mit unserem eigentlichen Game. Five Nights at Freddy's Into the Pit. Wir machen da jetzt normal weiter. Ich habe das Glücksrad noch nicht offen. Moment. Hey Nico, willkommen. So, Glücksrad einmal kurz aufmachen und dann geht es sofort weiter. So, bestrafen. Da ist es wundervoll. So, dann können wir. Einmal fortfahren. Äh, wo war ich denn jetzt? Noch drei hier. Ausfallshaus. Ach ja, da war ja was. So genagelt. Das macht leer. Das wollen wir nicht. Ich habe aber nichts Neues zum Interagieren, I guess, ne? Mal gucken. Wo wir diesmal rausgehen. Eine Vermutung. Möchte ich hier nicht hoch? Doch. Kann ich hier jetzt raus? Nee. Äh, Security Breach? Ne, ist das auch ein Game? Oder? Sicher von FNAF. Halt echt absolut keine Ahnung. Also, keine Ahnung. Ich habe noch dieses alles. Das sollte stark genug sein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wundervoll. So. Noch so Pizzeria. Ja, da habe ich das nicht. Eventuell. Existen Game? Bestimmt. Ich habe 500 at Freddy's Hotel. Okay. Die hattest du schon genannt. Hey, Frank. Was ist da denn jetzt los? Seltsam. Wo sind die Türen? Bist du hier, um Pizza zu holen? Ne, ich hänge hier auch nur rum. Oh, jemand namens Bin am Aras hat eine Bestellung aufgegeben, aber die Pizza immer noch nicht abgeholt. Bin am Aras muss noch in der Stadt sein. Chef, ich glaube, das ist kein echter Name. Bin am Aras. Geh weiter zur Schule, Junge. Es ist Nacht. Warum sollte jetzt Schule sein? Verriert mit der Tür. Okay, die... Jetzt ist jemand anders am Mampfen. Diese Stadt war früher wirklich etwas Besonderes. Schau dir die jetzt an, verdammt. Schau dir diesen Schuppen an. Ich würde die Stadt verlassen, wenn ich nur Arbeit finden könnte. Ist noch was anderes? Ist noch was anderes? Ne, ich glaube nicht. Oh, hier ist da noch jemand. Irgendwie noch einen anderen Stuff. Ah, schade. Ja, da bin ich ganz aufsammelbar. Sadly, sadly nicht. So, umgucken. Oh, da bin ich jetzt gespannt. Ach, das war hier. Ich könnte theoretisch. Ich könnte theoretisch... Ach nee, das ist ja Steam Elements. Und Dings, hier eine andere Dinger. Tür ist immer noch verschlossen. Super-Kanal-Punkten? Warte jetzt nicht. Die Pizza war damals wesentlich besser. 4.710. Oha, das ist eine Menge. Allerdings muss ich zugeben, seitdem Chef übernommen hat, wurde es viel günstiger. Quantis überquellig, würde ich sagen. Aha. Das kann ich sogar... Chef macht alle Pitten selbst. Ich schätze, er kann es nicht leisten, er von da einzustellen. Wow. Nur ein Haufen Löffel und Kabel. Man kriegt er auf Twitch aber auch, wie gefühlt, ähm, hinterhergeballert. Muss ich schon zugeben. Warte, was? Achso, ich dachte gerade, ich will darin eingesperrt werden. Wollte schon sagen. What? Du willst da nicht eingesperrt werden. Ist da wieder noch jemand? Nee. Hier jemand? Naja, sollte man auch den gleichen Stuff. Aber was machen wir mit der kleberigen Hand? Naja, werden wir schon finden. So. Dann wollen wir mal. Das Ding kam letztes Jahr aus der Spielhalle. Vielleicht hält das der Dodge. Chip auch. Finde einen Weg in die Spielhalle. Es fühlt sich an, als würden ihre Augen jede meiner Bewegung verfolgen. Wunderschöne aber nicht. Auch wenn das war es mit unserem Flirt und Freddy's Animationsystem, bitten wir alle Gäste, unsere Darstellung, keine leise in die Augen zu leuchten. Vielen Dank für Ihr Verständnis. What? Was? Warum sollte man leise in... Was ist eigentlich ein Geräusch? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da kommt jemand. Oder auch nicht. Der schreit auf jeden Fall jemand. Ich habe gerade eine Tür gehört. Ich habe gerade eine Tür gehört. Ich habe gerade eine Tür gehört. Oh mein Gott. Kommt da raus. Nein. Nicht. Nett. Und zu stolpern. Uh. Warte what? Das bringt nichts, das ist schwer. Gehen wir den anderen Weg. Sagen wir nur 80 andere Wege. es wirkt die erste hier ja ja oh mein gott ich bin ein idiot irgendwo stecken können ich mache ihn auf den schwachsinn was ist denn jetzt was geht er da nicht hin jetzt kann man erwartet dass jetzt auch noch da ist hey perling viel spaß beim lurken das jetzt gehen und dann gibt es auch wieder da auf da ist er da ist er jetzt nicht da oben rein denn ernst jetzt was ich dachte ich mache da Lärm schon war doch nicht ich hoffe du bist weg als ob natürlich den party raum was ist auch verschlossen oh mein gott ja das gibt es den Lagerraum oh mein gott jetzt sollten wir auch mal zum telefon gehen gleich müssen gleich aber einmal drehen ich bin gerade eh ganz erschrocken so gut gucken wir mal was wir machen oh gut das bin ich schon ok jetzt wird das kostüm wieder nach langer Zeit muss ich jetzt mal kurz holen ist aber in der Nähe so hier ist es oh gott so ich habe ein kleines Aura-Brause-Kostüm an klein vor allen Dingen ey so so nicht zwei minuten drei minuten so so das ist wieder wohl gar nicht mehr wuff doch da ist es wieder ok das ist wieder so 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 ich höre das gar nicht mehr da war das rechts schon aufgelegt hier wird das telefonisch sein wo ist der idiot ja komm ich will das telefon wieder hören ich höre das telefon nicht ich weiß wo ich hin muss so 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 da 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 das war schlecht zugeben warte ich kurz so 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 ist so ein F. Ah. Cool. Wo waren jetzt das Telefon? Ist das links oder rechts? Hier. Zieh ich das rein. Ist auch verschlossen. War ich noch nicht. Ich will überall schauen auf. In der Spielhalle ist aber alles verschlossen. Es kann unmöglich sein, dass jemand zwei Pizze gegessen hat. Wäre er hier rausgerannt. Das ist unheimlich. Das war knapp. Alter. Nach unten komme ich hier hin. Keine Ahnung. Wieder am Eingang oder wo bin ich? Im Keller. So, dass ich das nicht benutzen kann. So. 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 Da wird der Roboter sich bei sich. Mal kurz den Stuff angucken. So, wie wir willkommen haben. Hier, ein Foto von mir, das Papa mal bei sich hart trägt. Ich habe sein Auge und sein Humor, Objekt 2 von 5. Papa macht im ersten Schultag immer ein Foto von mir. Es ist mir ein bisschen peilig, aber ich glaube, es macht ihn glücklich. Dieses Jahr konnte er kein Foto von meinem ersten Schultag machen. Achso, ja, alles cool, verstehe ich schon. Papa hat dieses Bild von Mama und bei mir unseren ersten Strandurlaub gemacht. Papa und ich haben uns einen dermaßen starken Sonnenbrand geholt, dass Mama uns immer die zwei Humor genannt hat. Wir hätten die Sonnencreme erneut auftragen sollen. Wie sie sagten, Papa und ich haben nicht dran gedacht, weil wir sehr zu schwimmen beschäftigt waren. Manchmal frage ich mich, wie Mama uns erträgt. Hier ist verschlossen. Warum habe ich das jetzt gemacht? Ich kann die Lüftung nicht von innen öffnen, echt jetzt? – Sperren! – Ja. G Temple! – Also? – Da sind klatsch. – Also? – Oh! – Oh, oh! – Oh! – Oh! – Oh! – Oh! – Oh, oh! – Oh, oh! Generell würde ich auch lustige Sprachwohnen cool finden, wie zum Beispiel das mit den Grünlicht. Das war echt witzig. Das sind hier auch. Das macht nur leer. Jetzt kann ich hier mal ein klebriges Hand. Aber ich hätte nicht die Spielhalle, Thirdly. Pizza, Limonade, ey. Okay, bin ich gespannt. Was ist das? Oh, TKZ. Was? Ich bin jetzt in die verdammte Spielhalle. Gitarre. Gitarre. Sieht so, als hätten sie versucht, ihn zu holen. Hoffentlich bleibt der Film kaputt. Da ist der Keller. Uh, Münze. Hier würde es auch noch Sinn ergeben. Hier würde es auch noch Sinn ergeben. Oh, echt? Okay, ja. Kannst du ruhig dann machen, wenn es nur in dieser Geschwindigkeit lustig ist. Das ist alles cool. Oh mein Gott. Oh Gott, ich kann mich hier nirgendwo verstecken, ne? Oh, ist das Ding eigentlich noch an? Ah, okay. Okay. Let's see. Das ist auch cool. Ich bin jetzt aber in die Spielhalle. Ich höre es hier auf einer Lucht leider nicht mehr. Geh mal raus und rein, damit ich das höre. Ernsthaft. So, das ist das. Okay, wieder raus und rein, dann haben wir wieder Strom. Wir haben jetzt wieder Strom. Ne, leider nicht. Schade. Ah. Aber jetzt nicht. Steck dich doch. Mach doch. Hat das jetzt nicht gemacht. Ich hab tausend mal eh gedruckt, alter. Was kommt noch von hier? Ne. Doch. Jetzt hab ich mich entdeckt, verschwindet das halt. Kann der hier rein? Ja, Kana. Kana wird in die reale Welt. Okay, das dauert zu lange. Ja. Ganzhaft. Oh Gott, hier kann ich gar nicht hin. Geh rein. Was? Was. Das ist nicht jetzt. Das ist es wieder. 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 Das ist wieder. Okay. Hinter der Müll hat er gesagt. Das ist wieder. Ja, ich habe es doch gehört. Vielen Dank. Das ist wieder. 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 Okay. Ich warte. Oh Gott, wo sehe ich denn das? Tag 3 glaube ich. Das müsste Tag 3 sein, I guess. Das ist wieder. Das stelle ich hier leider nicht. Und auch. Oh, mit der Maus. Das ist nice. Was bestätigen. Klebrige Hand benutzen. What? Ist er gerade raus oder reingegangen? Ist er gerade raus oder reingegangen? Das ist gut. Ja, vielleicht. Nein. Also ich darf stecken. Oh mein Gott, warum sind jetzt hier so viele... Es glitzert auch dort, okay. Ach, Junge. Achtung. 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 Jetzt mal ans Telefon. Achtung. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich muss eine andere Tür nötig, sonst kann auch sein. Apropos. Wenn ich den Schwachsinn eigentlich nicht mal ausziehen. Ich bin immer noch an, ey. So. Okay. Können wir auch eben kurz nochmal drehen. Drücken auf Again. Ah. Okay. Und wir machen ein bisschen rotes Licht, I guess. Oh Gott, jetzt drehe ich mich. Oh Gott, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Lol. Oh mein Gott. So. Oh, das wird rot. Warum sind jetzt hier zwei zu... Oh Gott. Na ja. Oh, das ist rot. Oh, das wird eventuell noch roter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist... Oh, die machen wir mal kurz ein Chroma Key aus. So. So. Sieht genau... Sieht das genau gleich aus? Ja. Sieht genau gleich aus. Oh wow. Cool. Ah, das mit dem Rest, mit dem... ...drehen, was ich nicht wollte. Das wäre auch eine Stelle, die... ...die, I guess witzig wäre. Alter, das ist jetzt so rot hier. Hm. Sicherheitsraum zum Lagerraum. Nice. Ich muss doch noch nicht spielen. Oh lol, ja, kann ich. Willst du denn? Oh no. Hi. Uff, das war knapp. Vielleicht könnte ich irgendwie ablenken, ...wenn ich mir über dieses Ding wüsste. Wollt ihr jetzt auch, dass das Ding... ...hinter der Bühne, ne? Uff. Was ist denn jetzt? Warum hab ich Lärm gemacht? Hier ist niemand. Kommt... ...let's eat auch noch. Und... ...let's eat auch noch. Ja, okay, das... ...das... ...muss du nicht. Das ist, äh... ...muss jetzt nicht, aber wenn du willst, kannst du es ruhig machen. Ich will dir jetzt nicht zu irgendwas zwingen. Ich will dich jetzt nicht zu nichts zwingen. Ist ja schon... ...schon klar, ne? Ah, der Dude ist noch da. Was ist denn da hinten eigentlich? So, mal könnt ihr auch wenn die ganze Zeit hier reinzukommen? ... 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 Spielmargeneinwurf, das macht Lärm. Wollen wir nicht. Oh mein Gott, was mache ich da für ein Schwachsinn? ... 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 Ich denke, es ist noch kleben. ym Was soll denn das jetzt? Müllhalde? Okay. Na stimmt, maybe ist da was, das mir jetzt helfen würde. Weil ja schon mal was mit mir geholfen hat. Hier wurde noch eine ganz neue Gitarre. Ich mach einfach dieses Konzept mit den zwei Welten, sag ich mal. Aber da sind es gar keine zwei Welten, sondern eine Louis. Was haben wir hier vielleicht noch mehr? Ach ne, hier wird keine Halle Gitarre sein in dem Schwachsinn da. Ja. Das, was mich wundert, ist aber, dass die Tür auf einmal weg ist. Hier. Ja, wo mal die Tür weg ist. Ist schon mysterious. Ja. Hier. Wer bist du denn? Hi. Hey. Hey. Wer hätte gedacht, dass Oswald auch Oswald der Waschweh ist. Das wird sich in der Schule sicherlich Schlagzeilen machen. Nein. Ernsthaft. Was macht er denn hier? Egal. Ich kann jetzt nicht um ihn kümmern. Ich muss zurückgehen. Hier geht's. Ah. Ah. Ah ja. Ich vergesse irgendwie mal, dass es die anderen Orte auch gibt. Was ist mit dem da passiert? Da ist schon immer so runtergeranzt, das Bild. Apropos. Ich habe ein paar neue Teile, eventuell können wir mehr Spieler noch frei machen. Ist schon da. Kaputt und verfallen. Schade, es hat Spaß gemacht damit zu spielen. Oh, vielleicht auch nicht. Ne. Gitarrenbinder aber willst du bitte nicht benutzen. Oh. Was haben wir hier? Rette die Kinder. Uh. Wer bin ich? Oh Gott. Jetzt kommen Gegner. Okay. Ich habe nur einen. Ah. Exit. Yes. Erfolg. Du hast alle Kinder gerettet. Neue Musik freigeschaltet, rette sie. Cool. Okay. Es ist abgeschaltet, ich gehe da besser nicht rein. Ich darf es mir schon genug durchgehen. Okay, gehen wir zurück. Dann gehen wir zurück. Okay. Dann reparnieren wir die Gitarre. Es wird wahrscheinlich nicht gut klingen, aber zumindest funktioniert es. Lock hier den Hasen heraus. Da wollte ich nicht rein. Ich könnte das rote Licht mal wieder wegnehmen. Oh, einfach mal normales Licht. Hilfe, bin ich mir schon das Rot gewohnt. Das ist das Rote Licht. Das ist ja möglich. was welches tanzen was für ein Tanz die ist verschlossen ich kann nicht die ist immer noch da kann ich die spielen steckt sein hier machen kann noch Jungs hier 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 Was wir benutzen können. Auf gar keinen Fall die Flying-L-Gitarre. Loll. Kommt ihr jetzt zuhause? Ne. Ach, kann ich ja nicht. Ich bin gar nicht da wo ich dachte. Ich bin irgendwie im Reingangsbereich. Bezigerweise. Da haben wir noch mal eine Vermutung. Dann noch mal. Hm. Hm. Ich bin nicht zuhause. Ich bin nicht zuhause. Ich bin nicht zuhause. Ich bin nicht zuhause. Wo bin ich? Warum muss es jetzt ein Licht aus sein? War jetzt noch mal hinter der Bühne richtig. Ich bin nicht zuhause. Ich bin nicht zuhause. Ja irgendwo da ist. da ist jetzt gespannt das ist ein dance move ach das oh mein gott ganz vergessen also wo soll jetzt diese tage spielen ja maybe oh mein gott das ist doch so offensichtlich wie kann man nur so dumm sein ok freak lasst uns rocken verdammt das ist okay das war jetzt schlecht muss einen anderen weg nehmen habe ich schon vergessen oha ach nicht ich kann nicht hin ach Jungs okay alles klar ich kann nicht hin ich kann ihn nicht hin das ist w das ist ich kann ihn nicht hin auch jungs was macht sie denn da alter so Sie sind keinmal so schlecht, zugeben. Alter, das hat mich ja zerschrocken. Muskelöffelungsschaften folgen. Oh mein Gott, huch, das war knapp, ich muss zurück in die Spielhalle. Alter, was, das kam unerwartet, du hast eine Erschrecke verpasst, der eben gerade war. Das hat mich gerade richtig erschrocken, Alter. So, oh nein, wobei das Ding ist, ich nutze die Maus halt so gut wie gar nicht, aber ich werde jetzt auch die Tastatur jetzt in der anderen Hand nehmen, als normalerweise, also, okay, wie lange, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, machen wir einfach wieder, so. Okay, vielleicht soll ich jetzt mal die Szene wechseln und los geht's. Äh, wir sollten auch ins Game Tabben. Ach, Escape, richtig. Deine Idee, hm. Ach, Jungs, mach mich nicht schwach. Na, stimmt. Und, äh, es wäre eventuell ein cooler Clip, kurz bevor du wiedergekommen bist, da habe ich gefühlt dreimal, Moment, kurz nachdem du gegangen wirst, so, habe ich gefühlt dreimal hintereinander, auch Jungs, gesagt. Weil die Dios habe ich eben gerade richtig stark genervt. Ja, das ist super komisch, jetzt die Maus in der anderen Hand zu haben und Tastatur auch. Aber bislang geht's noch. Ja, das Ding ist ja, in dem Game nutzt man die Maus halt nicht so intensiv. Wo ist Chip überhaupt? Na, Spielhalle, war irgendwie gesagt, okay. Was sind die Spieler, oder? Ach, da ist der Luke jetzt hingegangen, ruf. Na, mal rauslocken. Soll ich verstecken und nicht analysieren. Sag mal, kommt der Jude raus? Oder ist er taub? Ich glaube, der ist taub, kann das sein? Wenn er es nicht gehört hat. Nur er hat's gehört. Ja, Moment. So rum. Oh no, ich muss die Zeit nochmal neu starten. Ich bin ein Idiot. Ich habe falsch rum gedacht. Ja, oh mein Gott. Nee, warte mal. Wenn ich jetzt... Doch, alles gut, oh mein Gott. Doch, war alles gut. Oh mein Gott, ich bin dumm. Uff. Uff, 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 uff. Ich bin dumm. Naja, machen wir nochmal von vorne. Aus eigener Dummheit. Ich wollte schon sagen, irgendwie fühlt sich das... Ja, jetzt. Jetzt. Jetzt fühlt es nicht mehr so gut an. Oh. Ups. Äh. Wie ist das denn das? Da. Jetzt ist er auch böse oder so eine Art. Gern. Ich weiß nicht, was das... Danke. Später. War dein Erwachsener bei dir? Nein. Hast du Mike gesehen? Ich habe ihn gefunden. Er ist jetzt in Sicherheit. Los, Mann. Wir müssen abhauen. Ach, ich drücke. Weh. Nein, ich... Geh. Gut. Wow. Wow. Oh. Ich hab ihn gewonnen. Oh, ich hab... Ich hab ihm vor schon. So, jetzt. Nee, sollst du nicht. Warum ist der nicht mehr... Oh Gott. Oh Gott. Jetzt hat es uns, glaube ich, gemerkt, dass ich an Rande genutzt habe. Oh Gott. Oh Gott, jetzt muss die Zeit auch noch um sein. Oh Gott. Steck dich. Oh Gott. So, wieder normal. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ist er weg? Ich hoffe doch. Nein, ist er nicht. Was? Oder doch? Was ist denn das jetzt? Was? Oh Gott. 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 Ich sehe noch ein paar Tüle, Jäme. Geh so bitte weg! Alter, was ist das denn für ein Geräusch? Jetzt wirst du woher rausgegangen ist. Ach natürlich auch noch der, der... ...die wir eben schon gerade hatten. Doch weg! Ich hoffe sie stolper an! Ja! 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 Oh mein Gott! Danke! Ja! 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 falls haus tag für auch nur wenn wir jetzt zur schule gehen hat zählt du doch den ganzen papalapap oder nicht naja müssen mit leben keine ahnung wie es durch den tag schon soll kaum geschlafen ja das sollte die wenigste sorge sein zu ihm ja mama ist auch nicht da niemand ist zu hause also fake papa ja was für eine lache ach was mach ich denn da schule tag 4 jetzt körper werfen schade nichts was ich gekochen kann irgendwie ist es aber auch hier düster geworden kann das sein irgendwie das gefühl dass die welten zusammenhängen ich kann mit euch auch gar nicht reden was geht denn hier jetzt ab hey schau mal das ist oswald der waschbär ich bin überrascht dass er nicht weiter müll wühlt genau formuliere ich es ihnen genau wie zu hause was ist los siehst du gleich kotzen müsste ist vielleicht hat den ganzen müllin krank gemacht vielleicht verliert endlich die fassung ah nein ich muss ja raus ich werde zum bällebad gehen ok ok wow kann ich für so so ist das aber tage aus schweiz 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 warum ist das ding eigentlich nicht da ach das wahrscheinlich eine küche oder so eine hart hey junge soll es nicht in der schule sein nicht heute ok wer weiß wo du mich findest jetzt meine chance vorsprung zu bekommen das kannst du nicht ernst machen wie viele kinder haben sich hier festgehalten war da schon direkt jemanden hey war da schon direkt jemanden hey kam das schreibehaut jungen ne leider nicht ach jungs ach jungs das schreibehaut ist Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, das Telefon klingelt wieder Warum musst du jetzt da rein? Dann machen wir eben das hier einmal Und das Ich weiß noch nicht, wo die hingegangen sind Ich hoffe nicht hier Oha Wow Ich muss hier schon wieder hier sein Oha 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 Oh Oha 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 Oh 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 Und Schoko Schöner Hi an alle Willkommen Was habt ihr gestreamt? Ich hoffe ihr hattet einen schönen Stream Ist der Dude weg? Ah Oh man Ah I see Cool Jetzt ist er weg Kann ich nochmal Gitarre spielen? Ne Warum nicht? Ja Das haben wir schon ein paar mal gesagt Ok Wie lock ich den Bären jetzt raus? Das klingelt gar nicht mehr Ja Oh Krass 3 490 Krass Ich schaue nochmal beim Werk Pfff Da wird ja wieder was übersehen hab lol Cool Wann brauche ich meine Taschen aber nicht? Es ist Tag Aber ich will dass du die ausmachst Du schwöndest die Batterie Danke Ach ne Moment ich soll ja vorschro- ähm naja Vielleicht ist das auch ein Ending Pfff Na ok dann Warte mal danke für der Druid Gute Nacht Ich kann nicht mal weg Ich kann nicht mal weg Ok was das mal wieder sich mit dem Schritte mit dem Ich läutere. Ich höre einzelne Schritte. Was ist denn alles? Die Brigade. Okay. 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 Ich kriege auch mehr weh. Wo ist der Bär jetzt? den raum kommt überhaupt der mann kommen wir in der spielhalle oder zum lagerraum ruf so bisher in den ragerraum ich glaube ich mal nur ihnen gerne gar nicht das wird es dumm noch mal wenn man da noch mal kommt mal wieder da unten rein geht da 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 die richtung gehe ich hier die richtung die richtung die richtung ist das mit der Amen. Hm. Krieg ich ihn raus? Ich glaube, das ist die große Frage. Was geht denn mit dem Text ab? Ne, jetzt nicht mehr. Okay, das ist auch grad weird. Perwärtskörpertyp. Ich muss ihn finden. Was? Wenn ich so große Augen habe, hören sie bündigte Schmerzen. Vielleicht einer mit einem ausreichenden großen Platz. Oh. Perwärtskörpertyp. Ich muss ihn finden. Oh Gott. Was ist der Idiot? In der Bibliothek. Naja, aber ich würde mal ganz kurz sagen, ich bin mal ganz kurz auf Clou. Also, bis gleich. Bis zum nächsten Mal. 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 Es kommt halt nur der Dude. Oh, vielleicht ist der Bär weg, wenn der nicht drin ist, lol. Das wäre super weird. Wir müssen doch erstmal da reingehen. Anzug habe ich nicht, ne? Verdammt. Was bringt er das hier jetzt? Das Spielzeug, Freddy. Oh. Oh Gott. Ja, jetzt ist keine Zeit dafür. Das war das Schiefland. Das kann ich jetzt in Bär hin tun. Oh mein Gott. No, das ist auch ein Mensch. Oh Gott. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, der Typ noch da war. Das ist überhaupt... Oh, Mensch. Ich bin immer noch live. Das stimmt, aber normal bei Horror, im Horror-Dings, da war ich immer bis jetzt immer länger live. Kommt der Dude jetzt? Wie lenke ich den Dude jetzt ab? Was mache ich mit dem Bären, den ich gefunden habe? Den Hasen habe ich auf jeden Fall irgendwann okay. Ja, aber ich mache das mal lange. Ich versuche jetzt noch diese Quest hier zu beenden. Also diese Nacht hier. Okay, wo ich jetzt hin muss, wie ich ihn ablenke. Also... Okay. 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 Oh, der macht jetzt auch noch da, ne. Ahju, weil der da wieder was machen kann. Nee. Äh. Ah ne Münze. was sagst du hast du den Bär, lol so, da spielst du mal so ein Ding, sie gruselt ja, aber es ist handelbar das ist etwas, was ach ne, Moment, ich kann ja aber nicht es muss natürlich hier sein ich kann ja nicht so in anderen Gebieten gehen oder jetzt aber mal doch doch, kann ich Schule, vielleicht gucken wir mal wo der Jude ist es ist auf keinen Fall sicher, wieder rein zu gehen okay hier in der Bibliothek hey, Feuerwerksjunge ha, der Name gefällt mir immer noch möchtest du immer noch dagegen tauschen? klar, ich hatte es gern oh, schön, wir haben einen Tausch toll, danke es war mir ein Vergnügen, Geschäfte zu machen Oswald, ich wusste nicht, dass du hier bist hey, hey, ich bin gerade auf dem Schrung eigentlich bist du okay? du siehst nicht gut aus oh, dein Papa ist hier ich schätze, dann heißt es vorerst auf Wiedersehen bis morgen Oswald oh no warte Gabriel uff finde einen Weg zu entkommen aber da machen wir morgen weiter hier machen wir morgen weiter wieder um 21.15 Uhr morgen ja doch, morgen ist doch, morgen ist Dienstag ja, morgen ist Dienstag morgen dann wieder um 21.15 Uhr leider, leider wegen Spätschicht aber morgen wieder um 21.15 Uhr das war wirklich ein cooler Stream vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen da war mega, mega cool wir sehen uns hoffentlich morgen dann wieder bis dann und tschö, tschö bis dann bis dann bis dann